Christian Rechholz hat alle Hände voll zu tun, der Bundesvorsitzende mit dem Geschenk für Klaus Buchner. Aber was schenkt man einem langjährigen Parteifreund und Politiker zum 80. Geburtstag? In Zeiten, in denen alle Geschäfte geschlossen sind? Natürlich ein historisches Radio. Meine Sammlung ist dazu da, einfach die wichtigen Schritte der Technikentwicklung auf diesem Gebiet zu dokumentieren. So wie mit seiner Politik geht Klaus Buchner auch mit seinem Hobby den Dingen gerne auf den Grund. Als studierter Kernphysiker weiß er genau, was in den Röhren historischer Radios vor sich geht und nicht nur dort. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Klaus Buchner.